Da ist noch eins. So was? Die Poster sind überall. Ich hab den gesehen, kurz vor dem Ausbruch. Ach ja? Schlitzt er sie am Ende komplett auf? Niemand wird aufgeschlitzt. Das ist ein Teenie-Film. Wer hat dich da reingeschleppt? Keine Ahnung. Bleiben wir was am, okay? Okay. Deine Tochter. Wir wollen jetzt erstmal zur Brücke, damit wir aus der Stadt rauskommen. Gehen wir durch die Gasse. Der verdammte Truck. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Steht. 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 Untertitel. Steht. Steht. Ich hab deine Art vor dem Sicker gerettet. Ich denke, du hast ihn verrecken lassen. Oh Mann, ich mach dir welchen, wenn du damit aufhörst. Welchen Mann, klar schmeckt das gut. Habt du etwas gehört? Ja, ja, ich hab doch gehört. Was in der Hölle war das? Ja, ich hab's gehört. Sei vorsichtig. Du geh um die Ecke rum. Geh um die Ecke rum, du Blödmann. Ich glaube, wir nehmen mal Option 2. Ich hab was gehört. Ja, ich hab gehört. Ich hab leider keine Pfeile, Manni. Schütz. Ja, ich hab zu machen. Ja, ich hab's gehört. Keep me in that coat! Why? Oh fuck, my life. Greif seine Flanker an! Das ist ganz und gar nicht gut. Scheiße! Okay. Okay, das ist schon mal viel weh. Oh nice, wir haben für die Strohpende wieder Munition. Hey Squad Leader, moin! Oh shit! Oh my god! Oh, schnade! Oh, shit. Hey, Ronny Morton. Das ist schon mal sehr hilfreich. Ich glaube, sie sind weg. Das glaube ich auch. Äh, EFT für ihn. Ja, wenn der aber nicht nochmal wiederkommt. Alrighty. Ah, verdammt. Joel. Warte, warte. Joel, hör an. Da. Lass ihn in Ruhe. Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls ihr es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel. Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bringen uns hin. Kommt mir nach. Tut mir echt leid, wegen... Vorhin. Macht nichts. Ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Ja, das Militär ist da abgezogen. Wir mussten weg. Das sieht jetzt vermutlich wie hier aus. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer wach. So, wir sind da. Sorry. Die Dame ist wieder zu Hause. Ab Freitag. Coach. Und du hast nur deine Tochter? Freitag ist auch der zweite. Wir sind nicht verwandt. Wir sind der, ähm... Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja. Das ist der. Klar, wir machen uns hier. Na bitte. Aha. Das nehme ich doch alles gerne entgegen. Oh, hier ist Munition und nicht alles. Können wir irgendwas grafen, was wir brauchen? Ein Messer auf jeden Fall. Yes. Ein Medkit. Yes. Zwei Medkits? Ja, warum nicht? Okay. Können wir den Rest noch mitnehmen? Hier sind noch zehn Pillen. Medizin. Jawohl. Kondome? Was willst du denn mit Kondome? Was mit Wasserbomben? Bobo, äh, Bombo, kannst du nichts machen hier, Freundchen. Da läuft gar nichts. Mit Wasserbomben. Halt, halt. Set mir doch mal leise. Weg von dem Fenster. Oh. Sie hauen ab. Mann. Der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon seit wehen dieser verdammten... Sam, was machst du denn? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nicht. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Das endet nicht gut. Wie weit ist es noch? Nicht weit. Nicht mal weit. Schach. Ich hab gehört, Schach ist ganz groß im Kommen gerade. Ich hab gehört, Schach ist groß im Kommen. Da gibt's bald E-Sports. Shit. Was gefunden? Ellie, gib uns Deckung. Na klar. Sam. Wo sind die anderen? Die wollten nochmal alles absuchen. Sicher gehen, dass da nichts ist. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Ich werde hier suchen. Sehen wir da drüben nach? Wo ist dieser Typ, verdammt? Ich werde hier suchen. Wo ist der andere? Mal los! Excuse me, ich wollte nur das Rohr haben. Hättest du das Rohr hingeliehen, dann wäre... Nicht schlecht, Alter. Nicht schlecht, Alter. Na los, hier auf den Truck. Okay, bleib cool, Mann, ja? Immer mit... Ja, Gott, noch mal. Ellie? Nur Ablo? Alle Mann, alle Bande, oder so. Wir tun einfach so, als hätten wir ihn nicht verstanden. Ist das wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Ich hab einen Schlüssel. Und woher hast du den? Das glaube ich. Ja, du musst ja erst mal gucken, ob hier was ist. Hast du nur noch Pillen? Wofür? Wofür? Für Gesundheit? Nee. Auch so. Oh, du bist jetzt hin, ne? Ah, ja. Okay. Wirklich? Ach so, nee. Dafür haben wir noch nicht genug Pillen. Wir brauchen ein paar mehr. Warum gibt's hier... Oh, 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 oh. Ich darf, äh, hier... Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten. Wachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wow. Alles gut. Au. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er da hin. Morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt. Wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Er ist mal schönes Niggerchen. Schöne Rune knacken. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Hey, Diggy. How you doing, man? Hast du das schon mal gemacht? Wie beruhigend. Sei cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Hier lang. Ich habe so das Gefühl, wir müssen noch eine Menge Leute erschießen. Über die Brücke. Nein. Äh, ich soll noch nicht. Ich nehme ausruhe, gleich ein Drop sein. Okay. Wir schleichen uns an sie ran. Herr Mist, sie sehen uns. Sucht euch eine Deckung. What the fuck? Ja, ich cope. Ah! Er ist tot? Oh Yet Nope Du hast mein Knie drauf Oh, nein, oh, nein Lief doch schon mal ganz gut Vielleicht nicht so gut, aber ganz okay Oh, jetzt gehen wir uns mal heilen Oh, oh Mach mal langsam Alles okay, Mann Okay Da ist er Oh, shit, da sind aber viele Schöne Headshot, sehr gut Muss ich das nicht machen Ich glaube, wir müssen ein bisschen ran Da drüben Parkieren Hier ist er Oh, lass mal nach Oh, shit, vorbei Greif deine Flanke an Oh, wir stecken in einem kleinen Leber Oh, shit, ey, du rüber Oh, warte, ich muss mich kurz heilen Okay, er kommt wenigstens runter Oh, ich Dann machen wir gute alte Puschi Hör zu, Mann Wir können das doch regeln, oder? Okay, geschafft Oh, oh Dann, hilf mir mal damit Okay Bereit? Ich glaube, wir müssen laufen Äh, ich glaube, wir müssen laufen Halt, halt, halt Oh, shit Oh, nein Boy Oh, ja, gut Hör zu, Mann Okay, hör mal nach Habt ihr das? Ja, gut Hey, wie ist das, Mann? Alles klar Sam Los geht's Okay, los, auf geht's Come so wash Miz Uuuuh Leli Wer ist der Arsch, der wieder alleine gehen muss? Tut mir leid. Wir sind ab. Was? Was soll der Schwachsinn? Hey, jetzt! Was zum Teufel, Henry? Wir bleiben zusammen. Super Idee. Okay. Wie kommen wir aus der Schwachsinn hier raus? Was ist denn da los? Was haben Sie wohl gefunden? Vielleicht kommen Sie hier lang. Wo ist dieser Typ? Riesel, Drecksau! Äh... Scheiße! Das hat mir gefallen. Ich glaube, das war eine gute Bombe. Ich glaube, das war eine gute Bombe. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Wann machst du heute circa Schluss? Ich denke mal, sowas ging 18 Uhr oder so. Schätzungsweise. Ich denke mal, sowas ist es. Ja, sowas ist es. Ich glaube, sowas sind gut. Es ist ein Schwarzschatz. Wann machen wir das? Und jetzt? Ich denke mal, sowas war. Ich denke mal, sowas ist es für einen Schwarzschatz. Ich denke mal, sowas sind es war. Ich denke mal, sowas war. Ich denke mal, sowas war. Ich denke mal, sowas war. Ein und Ziel. Da ja jetzt gerade zwei, drei Leute äh äh, da ja jetzt zwei, drei Leute gerade da sind, yes, ich hätte heute Drops. Ich spiele aber aktuell nicht wirklich Tarkov. Es gab da keine Kommunikation zwischen Battlestate und mir. Ich hab jetzt am Ende einfach aufgrund von ein paar anderen Dingen, die in meinem Leben gerade passieren, vergessen, mit denen zu kommunizieren, dass sie mich aus dem Event rausnehmen. Äh, yes, ich stehe auf der Seite. Soll aber nicht so sein. Hab schon Bescheid gegeben. Äh, ja. Ich hoffe, dass das irgendwie noch klärt. Also, falls ihr selber irgendwie Drops haben möchtet in, äh, in Tarkov solltet ihr vielleicht auf die anderen Streamer zurückgreifen. Äh, die aktuell noch streamen. Äh, die äh. Ja, ja. Okay. Okay. Oh. Okay. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020